Ja, vielen Dank. Genau. Ich würde jetzt den zweiten Teil übernehmen von dieser Bioabhabbarkeit, dieses Bioabhabbarkeitsworkshops. Und zwar bekommen wir als Kunststofftechniker eben oft die Frage gestellt, ist denn jetzt die biologische Abhabbarkeit von Kunststoffen sinnvoll? Warum ersetzen wir nicht einfach alle herkömmlichen Kunststoffe mit bioabbaubaren Kunststoffen, wenn es so toll ist? Oder tut man damit eigentlich nicht eher was Schlechtes für die Umwelt, wenn man biologisch abbaubare Kunststoffe verwendet und damit eben suggeriert, man könnte diese Kunststoffe in die Umwelt schmeißen? Und ja, auf die Themen würde ich jetzt im Folgenden gerne ein bisschen eingehen. Genau. Sorry, jetzt funktioniert der Bildschirm nicht. So, genau. Also erstmal zu Beginn zur Klarstellung. Und ich denke, das ist uns allen auch in einer gewissen Form bewusst. Die ganzen Abfälle, Kunststoffabfälle, die in der Umwelt sind, gelangen da nicht von alleine hin, sondern werden eben durch uns Menschen eingetragen. Und um das ganz kurz und vielleicht auch sehr direkt zu sagen, ist es eigentlich nur ein Ergebnis von Faulheit und mangelnder Disziplin. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach übers Knie gebrochen, aber ja, im Großen und Ganzen beschreibt das eigentlich die Situation, aber eben auch das Problem, weil genau dagegen lässt sich nicht so einfach was machen. Ja, je besser die Entsorgungssysteme von dem Land entwickelt sind, desto weniger Abfall gelangt aber auch in die Umwelt. Das ist was, was uns die Realität zeigt. Ein tolles Beispiel davon sind zum Beispiel die Recycling-Systeme der PET-Flaschen in Deutschland. Man muss einfach sagen, im Vergleich zu anderen Ländern, wo das zum Beispiel nicht der Fall ist, solche Entsorgungssysteme zu haben, findet man Deutschland eigentlich so gut wie keine Pfandflasche in der Umwelt. Sobald man nämlich abfallenden Wert gibt, ist es nämlich in der Regel kein Abfall mehr und wird dann auch nicht unachtsam in die Umwelt geworfen. Das ist uns ja auch ein Anliegen. Der Herr Grotzbock hat das vorher auch schon gesagt. Also gerade Recycling-Systeme und so sind mit Sicherheit auch ein wichtiger Faktor, wenn es eben um die Verringerung der Kunststoffabwelle in der Umwelt geht. Ja, dann ist die große Frage, sind denn diese Biokunststoffe denn jetzt wirklich so toll? Sind sie nachhaltiger? Sind sie besser wie konventionelle Kunststoffe? Und das ist tatsächlich eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Also ja, es klingt immer danach, als wäre Bio besonders gut für die Umwelt. Und wenn man sich jetzt biobasierte Kunststoffe anguckt, dann ist es so, dass es definitiv zu einer Reduzierung der Treibhausgase beiführt, weil man eben den CO2, der sich eben dann beim Abbau, ob der jetzt thermische Verwertung oder Ähnliches ist, eben dann in die Atmosphäre geht, eben aus erneuerbaren Rohstoffen stammt und demnach eben nicht so schlimm ist, wie wenn es aus Erdöl hergestellt ist. Allerdings muss man eben sagen, und ich glaube, das war auch eine Frage, die gestellt wurde, dass es oft so ist, dass die Herstellung oder die Synthese, teilweise auch eben der Anbau dieser Rohstoffe, dann eben doch sehr aufwendig und sehr ressourcenverbrauchend ist. Also wenn man sich insgesamt die Ökobilanz anguckt, ist es nicht immer so, dass biobasierte Kunststoffe da tatsächlich einen Vorteil aufweisen. Also man muss da tatsächlich ganz genau gucken, welches Ziel man mit diesem Produkt, mit dieser Anwendung verfolgt und ob dann der biobasierte Kunststoff tatsächlich die richtige Wahl ist. Auch bei den bioabbaubaren Kunststoffen ist es so, dass natürlich die biologische Verwertung Entsorgungsvorteile bringt. Aber wir müssen halt auch einfach sehen, dass es in der Praxis so ist, dass die nur sehr, sehr selten kompostiert werden und dann vielleicht eine schlechtere Ökobilanz, die durch die Herstellung geschuldet ist, eben dann doch auch nicht so den Vorteil bringt. Ja, sind denn biologisch abbaubare Kunststoff tatsächlich die Lösung für die Vermildung der Umwelt? Und da ist eben immer die Frage, mit der wir auch konfrontiert werden und die auch wirklich schwierig ist, suggeriert man nicht dem Verbraucher, wenn da drauf steht, es ist biologisch abbaubar, ob jetzt in industrieller Kompostierung oder in der Umwelt, also in Böden, nicht damit, dass man die Produkte einfach in die Umwelt zu schmeißen, so nach dem Motto, das tut ja eh abbauen. Man sieht es in einem halben Jahr nicht mehr, verschärfen wir damit nicht eigentlich dieses Vermüllungsproblem. Dann kommt eben dazu, hat der Herr Professor Kreuzbrock ja eben schon vorgestellt, dass wir durchaus insbesondere momentan noch in der Verwendung in den Industriellen sehr, sehr viele bioabbaubare Kunststoffe haben, die eben nur unter ganz bestimmten Bedingungen tatsächlich abbaubar sind. In der Regel sind das sehr hohe Temperaturen, die benötigt werden, was eben dafür sorgt, dass wenn ich dieses Material in die Umwelt schmeiße, es tatsächlich gar nicht abbaut, weil eben diese Temperaturen oder diese Umgebung, die benötigt wird für den Abbau, nicht vorhanden sind und damit der Kunststoff nicht abbaut, das Produkt nicht abbaut oder die Abbauzeiten eben so lang sind, dass es fast vergleichbar ist mit konventionellen Kunststoffen. Und das ist eben ein großes Problem und immer diese Fragen, die man sich stellen muss, wenn man biologisch abbaubare Kunststoffe verwenden will. Aber warum gibt es die denn dann überhaupt und warum forschen wir nach wie vor so viel an Ihnen? Es gibt eben auch Anwendungen, wo der Einsatz von biologischen abbaubaren Kunststoffen durchaus sinnvoll ist und genau für solche Anwendungen sollten solche Werkstoffe eben auch entwickelt werden und auch benutzt werden. Und diese Produkte sind dann beispielsweise Produkte, wo eben das Sammeln der Überreste nicht möglich ist, also das auch ökonomisch nicht realisierbar ist, dass man eben den Eintrag, den man möglicherweise in die Umwelt gemacht hat, eben wieder rückgängig macht. Das ist ein Beispiel dafür, ist zum Beispiel in der Agrarindustrie Mulchfolien, die zerfallen auch die von herkömmlichen Kunststoffen häufig, ob das jetzt durch Tierfraß oder Witterungseinflüsse sind, oft auf dem Feld. Und die Folien werden zum Großteil zwar schon eingeholt, aber es gibt immer Teile davon, die eben dann auf dem Feld zurückbleiben, die in der Regel dann auch eher kleinere Teile ist, die man eben nicht einzeln wieder rausholen kann, die dann untergekuppert werden und dann so einfach eingetragen werden. Und gerade für so ein Beispiel würde es sich jetzt eben anbieten, einen biologisch abbaubaren Kunststoff zu nehmen, weil dann eben der Eintrag nicht mehr ganz so schlimm ist. Auch in dem Produkt, wir sehen da auch gleich Beispiele dafür, wäre zum Beispiel Produkte, wo das Trennen von dem organischen Abfall nicht möglich ist und wo es eben gut wäre, wenn man den organischen Abfall der Kompostierung zuführen würde. Ein klassisches Beispiel sind zum Beispiel die Teebeutel. Da haben wir in den Teebeuteln drin eben den organischen Abfall, den wir aber in der Regel nicht von dem Teebeutel trennen können. Und wenn das zum Beispiel aus einem biologisch gut abbaubaren Kunststoff wäre, die Teebeutelhülle sozusagen, dann wäre das ein Produkt, wo eine Anwendung sinnvoll wäre. Wir haben ja schon des Öfteren jetzt heute genannt, dass Recycling natürlich wichtig ist und eigentlich auch immer die erste Wahl sein sollte. Aber es gibt eben auch Produkte, wo das nicht möglich ist oder eben nicht realisierbar ist aus ökonomischer Sicht. Und auch hier kann es eben möglich sein, dass dann eine Anwendung im Bereich der biologischen Abbaubarkeit sinnvoll ist. Das Gleiche gilt auch eben, wenn eine thermische Verwertung nicht möglich ist, weil zum Beispiel der Feuchtigkeitsgehalt zu hoch ist und damit eben der Energiewert nicht hoch genug ist. Dann gibt es Produkte, wo der Eintrag der biologisch abbaubaren Materialien von Mikroplastik vermieden werden können. Da werden zwar inzwischen auch sehr häufig Ersatzprodukte, die eben nicht aus Kunststoffe sind, verwendet. Aber auch hier, da sehen wir auch gleich noch ein schönes Beispiel, ist es häufig sinnvoll, dann, wenn ein Kunststoff verwendet werden muss, eben dann einen biologisch abbaubaren Kunststoff zu wählen. Und natürlich ist es auch immer notwendig, dass das Produkt selber eben auch überhaupt aus einem biologisch abbaubaren Kunststoff herstellbar ist. Man muss sehen, der Herr Kreuzburg hat das kurz angesprochen, biologisch abbaubare Kunststoffe sind derzeit definitiv noch eine Nische. Wir haben großteilig, insbesondere bei den Kunststoffen, die sehr gut in der Umwelt abbauen, also nicht unter industriell kompostierbaren Bedingungen, sondern eben auch bei niedrigeren Temperaturen, noch keine so guten mechanischen Eigenschaften, die sich insbesondere zum Beispiel auch für technische Anwendungen oder so eignen. Und da gibt es momentan einfach noch keinen biologisch abbaubaren Werkstoff, der sich überhaupt eignet für dieses Produkt. Also das muss natürlich auch immer gegeben sein, dass man das Produkt überhaupt aus diesem Material machen kann. Und ich zeige Ihnen hier gerne ein paar Beispiele. Also Kaffeekapseln und Teebeutel habe ich gerade schon angesprochen. Das wären eben Produkte, wo man eben einen hohen organischen Anteil hat, der eben einen Mehrwert für die Kompostierung bringen würde, den man eben nicht so einfach von dem Kunststoff trennen kann. Und wenn der Kunststoff sich jetzt eben auch sehr gut abbauen würde, dann wäre das eben eine sehr gute Anwendung für einen biologischen abbaubaren Kunststoff. Genauso natürlich stark umstritten, aber ein wichtiges Beispiel sind die Bioabfall-Sammelbeutel. Auch hier ist es so, dass die Tüte sich eben in der Anlage später selber nur sehr schwer noch von dem Biomüll trennen lässt und deswegen die Biobürtel mit in die Anlage kommen. Und wenn die dann in der Anlage auch abbauen, dann ist das eben eine gute Anwendung. Genauso wie zum Beispiel die Kleber auf den Lebensmitteln oder wie man hier unten sieht, Anwendungen im landschaftlichen Bereich, wo man eben solche Klammern oder solche Baumschutzfolien, die dann auch mal kaputt gehen können, in den Boden eingetragen werden können, die Klammern können runterfallen oder sich verwachsen mit dem Material. Die kann man hinterher gerade im Bereich zum Beispiel des Weinbaus nur noch sehr schlecht wieder alle einsammeln. Da ist eine Anwendung von biologisch abbaubaren Produkten durchaus sinnvoll. Kaugummi ist auch so eine Sache. Hier haben wir wieder den Punkt, dass natürlich der Eintrag in die Umwelt ja eher einer Unachtsamkeit des Verbrauchers geschuldet ist. Aber auch hier ist natürlich schwierig, den Eintrag rückgängig zu machen und die Produkte wieder dem Recycling oder der Verbrennung zuzuführen. Und demnach wäre das auch hier sinnvoll, wenn sich das Produkt dann entsprechend abbauen würde. Ja, die wahrscheinlich größte Anwendung, habe ich auch schon genannt, sind natürlich Agrarfolien oder Folien im Agrarbereich, auch teilweise im Baubereich. Es werden sehr viele Folien zur Abdichtung in den Böden verwendet. Auch hier wäre es natürlich sinnvoll, wenn diese dann nach entsprechenden Zeiten abbauen würden und eben nicht für immer im Boden verbleiben würden. Feuerwerkskörper sind mit Sicherheit sowieso ein sehr umstrittenes Thema, ob man sowas überhaupt in die Umwelt einbringen muss. Aber wenn dem der Fall ist, dann wäre auch hier eben eine Anwendung aus biologisch aborbaren Kunststoffen durchaus sinnvoll. Denn ja, in der Regel landen die ja auch in der Natur, sodass sie eben nicht wieder eingesammelt werden können, wie es zum Beispiel im Straßenbereich oder so der Fall ist. Ein sehr, sehr schwieriges Thema und wichtiges Thema ist natürlich auch die Anwendungen im aquatischen Bereich, also gerade Fischernetze. Man sieht ja auch immer die Bilder von den verlorenen Netzen, die dann entsprechend in der Tierwelt Schaden anrichten. Auch hier wäre natürlich sinnvoll, dass sich solche Netze aus biologisch abbaubaren Produkten, also Kunststoffen, hergestellt werden. Allerdings haben wir hier, wie der Herr Kreuzbrock auch schon genannt hat, auch wie bei allen anderen Anwendungen eben das Problem, dass wir diese Abbaubarkeit ja nur ab einem bestimmten Punkt wollen und nicht währenddessen dieses Produkt noch in der Anwendung ist. Also während dem Fischen sollte sich das Netz nach Möglichkeit nicht abbauen. Sonst sieht der Fang nicht so gut aus. Also auch hier ist eben noch eine Problematik, wie man das tatsächlich technisch umsetzt. Aber die Anwendung an sich wäre natürlich sehr sinnvoll. Und hier unten noch ein kleines Beispiel mit Sicherheit. Auch jetzt eher eine Nischenanwendung. Aber gerade solche Saatgut wird sehr häufig auch mit Kunststoff überzogen. Und auch hier wäre natürlich eine Anwendung im biologisch abbaubaren Bereich sehr, sehr sinnvoll. Ja, hier habe ich mal ein ganz klassisches Beispiel auch mitgebracht. Gerade wenn es um den Eintrag von Mikroplastik geht. Und zwar am Beispiel von Kehrmaschinen. Solche Kehrmaschinen sind natürlich im großen Maße auf den Straßen, auch im gewerblichen Bereich unterwegs. Aber ist natürlich auch vergleichbar mit dem handelsüblichen Besen, mit dem man insbesondere bei uns im Schwabenland seine Kehrwoche macht. In Deutschland sind es bis zu 16 Tonnen. In der EU bis zu 100 Tonnen. Im Jahr an diesen Borsten, die eben in der Umwelt landen oder hergestellt werden. Die Verlustmenge ist nach Schätzungen liegt die bei ungefähr 80 Prozent. Also EU-weit sind es dann 80.000 Tonnen Mikrokunststoffe. Nur von diesen Borsten, die eben in der Umwelt landen. Die werden in der Regel hergestellt aus Stahl, aber eben auch aus Polypropylen oder Nylon. Also beides konventionelle Kunststoffe, die nicht biologisch abbauen. Und gerade das sind solche Anwendungen, wo eben derzeit auch versucht wird, einen Ersatz zu finden von Kunststoffen, die biologisch abbauen. Denn gerade hier haben wir ja auch den Fall, dass wir sehr kleine Partikel praktisch in die Umwelt eintragen. Also sogenanntes Mikroplastik- oder Mikrokunststoffe. Und diese in der Regel ja noch viel schneller abbauen, wie das jetzt eine große Folie macht. Weil natürlich das Oberflächenverhältnis für die Bakterien dann sehr viel besser ist. Und das sind solche klassischen Produkte, wo eben so eine Anwendung von biologisch abbaubaren Kunststoffen auch wirklich sinnvoll ist. Und wo diese auch eingesetzt werden sollten. Und wo wir eben im Forschungsbereich auch derzeit versuchen, solche Kunststoffe zu entwickeln. Man muss dazu halt einfach sagen, dass Biokunststoffe derzeit nur sehr, sehr wenig im reinen Zustand verarbeitet werden. Wie das jetzt bei zum Beispiel konventionellen Kunststoffen der Fall ist. Also ein PP oder ein PE wird sehr oft einfach so im reinen Zustand verarbeitet. Und Biokunststoffe müssen in der Regel immer zusammen gemischt und kombiniert werden. Einfach weil das Eigenschaftsprofil nicht ausreichend ist. Also entweder ist es zu steif oder hat nicht eine genuige Festigkeit. Oder die Wärmeformbeständigkeit ist nicht hoch genug. Und deswegen müssen wir da immer Kunststoffkombinationen basteln. Und ja, die macht natürlich, hat natürlich auch Einflüsse immer auf die Abbaubarkeit, was das natürlich dann auch immer sehr schwierig macht. Aber da sind wir eben forschungstechnisch gerade auch dran. Ja, dann nochmal ein kurzes Fazit zu diesem Bereich der Anwendung der bioabbaubaren Kunststoffen. Es ist ein Begriff, der positiv belegt ist, aber der eben auch erklärt werden muss. Weil bioabbaubarer Kunststoff ist eben nicht das Allheilmittel, sondern kann sehr, sehr positiv sein dort, wo er auch wirklich Sinn macht. Und diese Bioabbaubarkeit gilt eben immer nur unter den bestimmten Randbedingungen, wie der Professor Kreuzbrück das eben schon erklärt hat. Also ist nicht immer überall gleichgegeben. Und wie ich eben gesagt habe, diese Bio-Kronstoffe können eben keinesfalls eine vollständige Lösung dieses Problems der Kunststoff in der Umwelt sein, sondern können eben nur dort eine Lösung sein, wo es auch tatsächlich sinnvoll ist. Genau, ja, damit wäre ich mit dem Teil durch. Ich würde jetzt noch ganz kurz auf die Bioabfallanlagen eingehen. Ich bin da, also hier noch ganz wichtige Botschaft, Bio can be good, aber es ist per se nichts Schlechtes, aber es ist auch nicht das Allheilmittel schlechthin. Genau, zu den Bioabfallanlagen. Ich bin hier kein Experte. Ich würde nur noch mal ganz kurz darauf eingehen. Da kam auch bei unserem letzten Workshop bei der Abschlussveranstaltung von Plastik in der Umwelt einige Fragen dazu. Die Bioabfallanlagen sind sehr, sehr wichtig für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, da sie eben Dünger und flüssige und feste Gärreste produzieren, die eben ganz, ganz wichtig sind, um eben Dünger für die landwirtschaftlichen Flächen zu produzieren. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft, sondern wird auch teils für den privaten Bereich dann verkauft. Und es ist eigentlich keine Option, das Biogut nicht zu Kompost zu verwandeln und diese Anlagen nicht mehr zu betreiben. Also wir brauchen diesen Dünger, wir brauchen diese Gärprodukte. Wir müssen eben nur gucken, dass, und das nur ist sehr einfach gesagt und in der Realität tatsächlich sehr schwierig zu bewerkstelligen, dass der Kunststoffeintrag so gering wie möglich ist. Und es gibt hier eben ganz viele verschiedene Anlagen zu dieser biologischen Abfallbehandlung. Das macht die ganze Sache relativ kompliziert, denn diese Anlagen sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die ganzen Biokompostanlagen alle so ein bisschen ihre eigene Anlagentechnik und ihren eigenen Anlagenaufbau haben. Die unterscheiden sich dann nochmal von den Vergärungsanlagen. Es ist unterschiedlich, was tatsächlich in diese Anlagen reinkommt, also ob das eben Biogut ist, Grüngut ist, aus dem Landschaftsbau, aus den Privathaushalten, ob das sonstige organische Abfälle sind, die aus den Supermärkten oder Großküchen oder Ähnlichem kommen. Das ist auch sessional sehr abhängig. Sie können sich das vorstellen, im Frühjahr und im Herbst haben wir natürlich sehr viel mehr Grüngut, wie wir das im Winter haben, der den Anlagen zugeführt wird. Das hat natürlich alles Einfluss auf die Qualität des Kompostes. Und dazu muss man eben auch sagen, dass diese Anlagentechniken sehr unterschiedlich sind. Es gibt Anlagen, die haben händische Vorsortierungen. Es gibt welche, die haben Sieb-Vorsortierungen. Die Aufbereitungstechnik, die Nachrotte, da hat so jeder Anlagenbetreiber seine eigene Technik, sein eigenes Geheim oder sein eigenes Rezept. Und das macht eben so eine Vergleichbarkeit von der Qualität der Komposte sehr, sehr schwierig und auch macht das sehr, sehr schwierig. Den Eintrag, den wir da tatsächlich haben an Kunststoffen in diesem Biogut, ist da eben auch sehr, sehr unterschiedlich und macht da eine generelle Aussage natürlich dann auch immer schwer. Prinzipiell ist es so, die Frage kam das letzte Mal sehr, sehr häufig, dass wir Verweilzeiten von dem Biogut haben, die in der Regel so um die vier Wochen sind. In der Norm, wenn Sie sich zurückerinnern, was Professor Kreuzbruck vorgestellt hat, sind das sechs Monate, also, ja, beziehungsweise zwölf Wochen, die da vorgesehen sind. Also wir sind da doch zeitlich deutlich unterschiedlich. Und das ist eben auch der Grund, warum zum Beispiel diese biologisch abhabbaren Sammelbeutel in sehr, sehr vielen Regionen auch nicht zulässig sind, in die Biotonne zu werfen, da eben die Verweilzeiten doch zu gering sind für Biokunststoffe, um sich vollständig abzubauen, für das normale Biogut ist es aber ausreichend. Und da ist natürlich, ja, spielt Wirtschaftlichkeit eine große Rolle, weshalb man halt auch einfach nicht die Verweilzeiten da nach oben setzen kann, sondern die Anlagenbetreiber müssen da natürlich schon auch ökonomisch gucken. Ja, und dann habe ich hier nochmal zum Abschluss ja nochmal eine Grafik mitgebracht, die das nochmal ein bisschen zeigt. Also wir haben eben verschiedene Einträge, also Biogute, die eben in so eine Anlage kommen, Grüngut, Biogut, teilweise aus Küchenabfällen, teilweise aus privaten Haushalten. Und entsprechend unterschiedlich ist eben auch der Nährstoffgehalt, also auch die Qualität des Kunststoffes. Aber leider geht eben auch, ja, der Eintrag an Störstoffen hoch, wenn es sich eben um Biogut handelt im Vergleich zum Grüngut. Also, ja, da gibt es inzwischen auch viele Forschungsprojekte dazu, die das eben untersuchen, wie hoch dieser Eintrag an Kunststoffen tatsächlich ist, auch nach einem Endprodukt, wie gut die Anlagen das eben schaffen, diese Störstoffe auszusortieren und ob diese biologisch abbaubaren Kunststoffe tatsächlich in dem Kompost noch zu finden sind. Und ich denke, da wird die Zukunft jetzt auch zeigen, inwiefern eben, ja, solche Sammeltüten in Zukunft wieder zugelassen werden können oder auch nicht. Denn auch hier ist natürlich, gibt es immer wieder neue Produkte, die in einer sehr viel kürzeren Zeit abbauen, was, ja, dann natürlich dann auch eine Verbesserung zeigt. Aber das zu kontrollieren, ist natürlich auch sehr schwierig. Ja, damit wäre ich jetzt erst mal am Ende angelangt, denke ich. Ja, genau. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.